Guten Abend und ganz herzlich willkommen jetzt bei uns im Lotto-Studio. Wie geht es Ihnen? Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Tag und bis jetzt einen richtig schönen Heiligabend. Für die meisten Menschen ist das heute ein besonderer Abend, der mit immer ganz besonderen Erinnerungen verbunden ist. Aber heute wurden einfach auch die Gewinnzahlen des deutschen Lotto- und Totoblocks gezogen. Und hier sind sie. Wie gewohnt geht es los mit der Gewinnzahl im Spiel 77. 8, 6, 8, 7, 0, 6, 6. Und die nächste Gewinnzahl, die gehört zur Lotterie Super 6. Die 6, 3, 9, 0, 2, 1. Gerade an Weihnachten mal die sechs Richtigen zu haben, das hätte natürlich schon was ganz Besonderes. Und hier sind sie, die Weihnachtslottozahlen. Die 4 und die 11, dann die 18, die 22, die 30 und die 45. Und in der ersten Gewinnklasse, da wartet noch ein Jackpot. Es geht um 7 Millionen Euro und dafür braucht man wie immer die Superzahl. Das ist heute die 1. Herzlichen Glückwunsch jetzt allen Gewinnern. Und ich wünsche Ihnen weiterhin ein frohes Fest, ganz schöne Feiertage. Und wir sehen uns einfach bei der Sendung am Silvesterabend wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.